Wir begrüßen euch zu unserem neuen Podcast aus dem Hause Rates Love, 2100. Ja, 2100. Das ist so wie 2024, nur eben 76 Jahre in der Zukunft, denn wir gucken gerne in die Zukunft. Und wir möchten euch einladen, das auch zukünftig mit uns und unseren Gästen aus der T- und Startup-Welt zu tun. Aber ob jetzt zwei oder drei oder sieben oder 76 Jahre oder wie weit man eigentlich gucken kann und sollte, ich glaube, das finden wir erst noch heraus. Ich bin Tim, ich bin mit Jan zusammen. Sag mal was, Jan. Hallo, wer ich bin? Ich bin mit Jan zusammen, Gründer und Geschäftsführer von Rates Love aus Köln, der Digitale Agentur. Ich bin von Haus aus Informatiker, habe Jan zusammen im Studium kennengelernt und ich habe persönlich so ein großes Faible für Mensch-Computer-Interaktion, Interaktionsdesign, Produktkonzeption und Strategie und so Fragen, die mich täglich beschäftigen. Das sind so Dinge wie, welche digitalen Produkte braucht eigentlich die Welt? Wie bringt man Innovationen in den Markt und wie erreicht man mit Apps und all den anderen digitalen Bausteinen, die wir so als Produktentwickler täglich bauen, eigentlich wirklich echt einen Impact? Hi Jan. Moin. Ich bin der Jan. Ich habe mit Tim zusammen Rates Love vor genau 15 Jahren gegründet. Ich habe nochmal kurz überlegt, ob es 15 sind. Es sind 16. 16, ne? Und genau, mit Tim zusammen habe ich Medieninformatik an der TH Köln studiert, bin selber, auch Entwickler kommen mehr, aber aus so der Backend-Liebhörser-Szene, habe im Leben viel an APIs geschraubt und wenig Design gemacht oder Frontends umgesetzt. Und ja, mich interessieren wirklich viele kreative Themen dieser Welt. Ich höre auch viele Podcasts zu Themen wie Weltraum, Mondlandung, Fahrstühle, Weltraumfahrstühle, aber auch auf der Erde Themen wie tatsächlich grundsätzlich das Web, wie sich das weiterentwickelt und was überhaupt ein gutes digitales Produkt in der Zukunft ausmacht. Aber ich glaube, zu den Zukunftssystemen kommen wir gleich nochmal. Wenn wir über Rates Love sprechen, wäre es ja interessant zu wissen, was und wer Rates Love ist. Und wir haben, wie ich ja eben schon meinte, Rates Love 2007 gegründet zusammen. Und wir sind eine Digitalagentur für die besten Digitalprodukte, die wir für unsere Kunden bauen. Das sind Apps, das sind Marketplaces, das sind sehr, sehr komplexe Anwendungen, ob auch Inhouse-Anwendungen oder auch B2C-Anwendungen, die wir im Auftrag bauen. Und wir konzipieren, designen und entwickeln diese Anwendungen auch nicht nur, sondern wir setzen uns auch sehr stark mit dem Business und mit den strategischen Themen hinter diesen Anwendungen auseinander, zusammen mit unseren Kunden und wollen dadurch einfach einen wirklich sehr guten Beitrag in der Domäne, in der der Kunde sich befindet, zu leisten sozusagen. Und so sehr spezielle Themen, die uns reiten, sind halt natürlich Produktentwicklung im Allgemeinen, ganz stark das Thema UX, insbesondere auch gerade das Thema Barrierefreiheit. Und ja, das ist so unsere Dienstleistung. Und wir haben aber auch einen Anspruch, nicht nur digitale Produkte zu bauen, sondern auch einen Beitrag, also neben den ganzen Themen und auch Branchen, die wir da dabei irgendwie berühren, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und dabei orientieren wir uns, unterstützen wir uns auch sehr stark an den Sustainable Development Goals der UN. Wir beschäftigen uns bei der Entwicklung mit Themen wie digitale Ethik, Barrierefreiheit habe ich ja schon eben genannt, und auch mit den ganzen gesellschaftlichen Kontexten, wie zum Beispiel, wie so eine App genutzt wird, und wann sie genutzt wird, durch wen sie genutzt wird. Und ich glaube auch ein sehr, sehr großes Thema, und das ist auch aus meiner Sicht ein Thema, was so die Zukunft betrifft, ist natürlich okay, was ist mit der Privatsphäre, den Daten, die wir da in diesen ganzen Apps verarbeiten. Und darum wollen wir auch die Kunden dahingehend ein bisschen beraten, dass das auch strategisch im Business halt auch mit durchdacht wird, um wirklich ein gutes digitales Produkt zu bauen. So, warum machen wir einen neuen Podcast? Ich hatte es ja schon gesagt, wir wollen gerne in die Zukunft schauen, und das ist im Prinzip das, was wir schon immer und eigentlich auch jeden Tag machen, nämlich in die Zukunft schauen, mit den Menschen, mit denen wir zusammen digitale Produkte entwickeln und wir als Team, weil wir eben digitale Produkte bauen, die unsere Zukunft, unser Leben in der Zukunft tatsächlich verändern. Und wie groß diese Wirkung tatsächlich ist, da dachte ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, das kann man am besten erkennen, wenn man jetzt nicht besonders weit nach vorn, sondern eher besonders weit zurückschaut, mal so auf die ganz frühen Projekte von uns. Das liegt schon sehr lange zurück. Da haben wir Nine Flats gebaut. Das war damals ein Wettbewerb zu Airbnb, bevor es Airbnb so richtig in Deutschland gab. Und ich finde an Airbnb, da kann man es wirklich eindrucksvoll sehen, wie stark digitale Produkte, naja, so ein Bestandteil unserer Leben sein können. Denn ich weiß nicht, wie ihr Urlaub macht, aber für mich ist Airbnb dann ein wesentliches Ding. Und ich buche da im Jahr irgendwie mehrere Male drüber. Und das ist für mich so der Way to go, wenn ich irgendwo in einer Stadt in einer schönen Wohnung unterkommen möchte. Und das ist so selbstverständlich geworden. Und so ein selbstverständliches Angebot, das ich nutze, das ist meine Art, wie ich reise und Urlaube mache oder auch einfach mich in anderen Städten aufhalte, wirklich komplett verändert hat. Und dieses Potenzial haben einfach digitale Produkte, dass sie so zu unserem selbstverständigen Begleiter im Alltag werden. Und das ist auch das, woran wir mitwirken möchten. Von daher ist es auch gewissermaßen so, dass wir eigentlich eine relativ große Verantwortung haben als Produktentwickler. Also, dass wir wirklich diese Tools, diese Apps, diese Dinge bauen, die in unseren Augen auch eine lebenswerte und wünschenswerte Zukunft versprechen. Und das branchenübergreifend. Wir sind ja als Team auch unterwegs in so vielen Branchen, Wenn mich immer jemand fragt, worauf seid ihr denn da so spezialisiert, ist es, glaube ich, eher, dass wir darauf spezialisiert sind, dass wir uns in jedem Kontext einarbeiten möchten und nicht so sehr, dass wir eine bestimmte Branche präferieren, weil wir wissen, dass der Alltag irgendwie wahnsinnig bunt ist und in wahnsinnig vielen Branchen und Bereichen von Leben einfach gutes Potenzial schlömmert für schlaue digitale Produkte. Und deswegen entsteht im Prinzip überall um uns herum ständig Zukunft. Zukunft, die sich Stück für Stück aus Lines of Code aufbaut und aufgebaut wird. Und mich interessiert dabei, uns interessiert dabei besonders, ja, woran wird denn gearbeitet? Woran arbeiten denn die anderen Teams? Was sind die Themen, die manche Branchen vorantreiben, die manche Branchen antreiben? Was sind die Vorstellungen von der digitalen Zukunft, die sie haben, die sie erreichen möchten? Was tun sie dafür? Welche Wege bauen sie sich gerade? Was ist das Fundament, auf dem in der Zukunft aufgebaut wird? Und in den ganzen vielen Jahren, in denen wir schon gearbeitet haben, haben wir so viele schlaue Leute getroffen, mit denen wir uns darüber unterhalten haben, die uns da schon Antworten geliefert haben und auch diese Fragen mit uns diskutiert haben. Und wir lernen ständig mehr Leute kennen, die auf dem gleichen Weg sind. Und mit dem Podcast schaffen wir uns jetzt quasi endlich so den Rahmen, in dem wir das mal mit euch teilen können. auch die Diskussion mit euch weiterführen können. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es. Ja, sehr interessant. Dein Airbnb-Moment ist bei mir schon längst verflogen. Also ich habe so seit Jahren nicht mehr bei Airbnb gebucht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum, weil es a zu teuer geworden ist und b gefühlt gegenüber einem Hotel viel aufwendiger mit der Zeit. Also früher war das irgendwie so seamless alles. Und jetzt dadurch, dass es natürlich so das Airbnb-Netzwerk der Vermieter so hoch professionalisiert sind, ist es für mich mittlerweile einfacher und teilweise auch günstiger, in einem Hotel zu übernachten. Aber das liegt wahrscheinlich auch von der Anzahl Personen, mit denen man rumreist. Da würde ich jetzt auch gerade drauf tippen, ehrlich gesagt. Ja, aber mein Airbnb-Moment ist tatsächlich Uber. Also für mich ist tatsächlich die, genau, also Uber quasi als so ein Pendant. Ich verstehe immer noch nicht, warum es zum Beispiel, also gut, Chernow hat es jetzt ja so ein bisschen, also nicht nachgemacht, aber nachgezogen mit App und so weiter. Aber ich finde irgendwie, fühlt es sich immer noch so klotzig an, ein normales Taxi zu bestellen. Und Uber ist irgendwie so, ich gehe raus und dann habe ich es. Was siehst du denn neben Uber noch in der Zukunft, Jan? Also was sind deine Themen, wenn du auf die Zukunft schaust? Ja, ich habe viele Themen. Ich habe versucht, die mal ein bisschen zu sortieren und vielleicht mal so die Top 3, 4 Themen mal rauszupicken, die mich so interessieren. Das ist natürlich, oh Wunder, KI. Wie für jeden wahrscheinlich jetzt heutzutage. Aber die Frage ist, die ich mir stelle, wie entwickelt sich das Thema KI so über Chat-GPT hinaus? Also das ist so, dass das große Feld quasi, wenn Algorithmen nicht mehr hallizionieren, sondern wenn wir wirklich über KIs sprechen, wie man das auch immer definiert. Vielleicht werden wir da auch ja jemanden haben, der darüber besser sprechen kann als ich. Und was aber auch jetzt die Nahezukunft angeht, ist ja natürlich das Thema, wie verändert eine KI unseren alltäglichen Arbeitskontext? Das heißt, wenn wir früher darüber gesprochen haben, wie wir Dinge automatisieren, wie können wir sie jetzt KI-isieren quasi, sodass wir besser arbeiten können. Und ohne tatsächlich das ganze Thema Gesellschaft und Mensch zu vernachlässigen, es geht ja nicht darum, einfach nur Ressourcen wegzuoptimieren, sondern die besser einzusetzen. Ja, das andere Thema, da schmunzelst du ja immer, ist ja mein Lieblingsthema, der Deep Space. Digitalisierung Beyond Earth habe ich das genannt. Wieder? To the Moon. Ja, ja, Digitalisierung Beyond Earth. Und Beyond Earth heißt auch Beyond Mars. Also mir geht es auch nicht darum, wie sich irgendwie das Leben auf dem Mars entwickelt, wenn Mr. Musk es irgendwann mal schafft, dort zu landen. Sondern dadurch, dass ich einige Podcasts zu dem Thema höre, finde ich, also im Weltall passieren ja viele Innovationen. Man macht das ja auch nicht aus Spaß und Freude, da hinzufliegen, um irgendwas zu testen, sondern um irgendeine Erkenntnis zu gewinnen und diese, um irgendwas, mit irgendwas zu experimentieren, um das dann wieder weiterzuverwerten sozusagen. Und ich finde es halt unglaublich kreativ. Also man ist ja tatsächlich in so einem, so einem, ja, so einem Space im wahrsten Sinne des Wortes, wo der ganz anders ist, als der, in dem wir unser tagtägliches Leben verbringen. Naja, das Thema mit beidem verbunden, ist ja das große Thema der Energie. Also wenn wir beide Dinge machen wollen, wie decken wir den Energiebedarf dafür ab? Und woher kommt diese Energie? Und wie kann Digitalisierung da, Stichwort digitale Stromnetze oder Smart Grids, dabei helfen? Und gerne auch, also ich denke dann auch so, okay, was passiert, also was passiert jetzt? Klar, das Thema Solar, Apps und so weiter. Aber denke ich mir, okay, das ist jetzt auch nicht mehr so die krasse Innovation, sondern also, ne, also Smart Grids, was bedeutet das für die Zukunft? Was bedeutet das für jeden einzelnen Bürger oder Bürgerin? Und naja, wie decken wir grundsätzlich diesen ganzen Energiebedarf ab, den wir in Zukunft haben, brauchen? Wohl wissend, dass wir keine Atomenergie nutzen möchten, wohlmöglich. Und da ist ja natürlich die spannende Wette, auch tatsächlich die nachhaltigen Energiequellen da gut unterstützen können. Oder ob wir da noch auf Themen stoßen, die mir auch noch gar nicht präsent sind. Und ja, zu guter Letzt das Thema Privatsphäre, weil ich glaube, mit all diesen Themen ist eine Sache verbunden. Umso mehr wir digitalisieren, desto mehr hinterlassen wir unsere Fußabdrücke im Netz. Und gerade in Deutschland redet man viel über Privatsphäre, dass das ja Datenschutz, das ist ja so wichtig und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man so innovative Apps oder Services nutzt, auch als nicht nur in unserer Bubble, wir als die Digitalus dieser Welt, sondern auch die normalsterblichen Bürger und Bürgerinnen, die gezwungen werden, diese Apps zu nutzen, mehr oder minder, dann hinterlassen die halt so einen Fußabdruck. Und das ist natürlich irgendwas, wo ich dann denke, was ich ja eben auch bei der Intro von Racelof gesagt habe, wir gucken drauf, dass wir auch sozusagen die Businesses dahinter, dass die das auch mit berücksichtigen, weil wir dürfen diese Themen nicht vernachlässigen. Im Momentum ist es irgendwie cool, einen neuen Service auszuprobieren. Aber irgendwie diese große Konsequenz dessen, wenn alle Menschen oder viele Menschen dieser Welt ihren digitalen Fußabdruck irgendwo hinterlassen, vor allen Dingen bei großen privaten Firmen, ich glaube, über denen spricht man zu wenig. Und deshalb denke ich, dass das auch so ein schönes, immer so ein schönes Thema unter jedem Thema sein kann, sozusagen, was das Thema Zukunft und Digitalisierung angeht. Ja, das sind so meine vier Themen, wo ich denke, um die könnte es gehen. Also bei der Privatsphäre gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, das ist ja auch im Prinzip das, was ich vorhin auch mit der Verantwortung meinte, die wir haben, dass du irgendwie bei jedem Produkt, das du baust, überlegen musst, es auf die richtige Art und Weise zu bauen, sodass es ethisch, moralisch vertretbar ist und wirklich auch den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird, die dann nachher damit arbeiten, sich damit irgendwie auseinandersetzen sollen. So, das ist immer super spannend, das herauszuarbeiten in der Produktkonzeption. Das ist ja mein Spielfeld. Und wenn ich aus der Perspektive gucke, also Produktkonzeption und in die Zukunft denke, dann ist es natürlich KI, was da gerade irgendwie so die treibende Kraft ist, was da alles durcheinander rüttelt. Und es ist einerseits so das, was du gerade schon beschrieben hast, dass ich denke, unsere Arbeitsprozesse werden sich halt sehr stark verändern. Also von allen Menschen, die halt digitale Produkte entwickeln. Es gibt so geile Toolings, so gute Unterstützung dabei, dass irgendwie die Art und Weise, wie diese Produkte entstehen, sich verändern wird. Aber es werden sich auch eben diese Produkte so hart verändern. Und jetzt nicht, weil jetzt überall einfach irgendwie so generische AI mit eingebaut wird und irgendwelche Conversational Design Sachen eingebaut werden. Das meine ich gar nicht, sondern ich sehe ein Riesenpotenzial darin, viel individualisiertere Nutzungserlebnisse zu schaffen, also User Experiences zu schaffen, die dann im Alltag der Menschen noch einen viel höheren Nutzwert haben werden. So für die Sachen, die jetzt eh schon als Tools bekannt sind. Denn also es macht mich manchmal als Produktentwickler regelrecht fertig, so wenn man in 2024 immer noch damit lebt, dass Software ja eigentlich überwiegend für den Mainstream gebaut wird, obwohl es ja einfach schon viel bessere Möglichkeiten mittlerweile dazu gibt. Denn das ist ja immer noch so die typische Arbeitsweise, dass man sich als Team hinsetzt und überlegt, wir finden jetzt im Prinzip den Kompromiss, mit dem alle Menschen, die wir hiermit bedienen möchten, am besten klarkommen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Suche nach dem gemeinsamen Nenner. Dabei gibt es ja eigentlich schon ganz viel Sensorik da draußen und ganz viel KI da draußen, mit dem man erfahren könnte, irgendwie wie viel besser man eigentlich ein Nutzungserlebnis personalisieren, individualisieren kann, an ganz konkrete Kontexte, um, naja, wie ich schon sagte, einen höheren Nutzwert zu schaffen. Klingt jetzt wahnsinnig abstrakt, aber man kann sich das ganz einfach vorstellen. Also wie oft standet ihr schon irgendwie in der Umgebung, wo ihr eine Sprachnachricht bekommen habt, aber es war einfach viel zu laut, um die anzuhören und die war im Prinzip dadurch nutzlos und vielleicht hat die App auch kein Transkript bereitgestellt, sodass man jetzt im Prinzip damit gerade gar nichts anfangen konnte. Oder ihr habt euch irgendwie zehnmal bei der Eingabe von irgendeiner Suchmaske vertippt, weil ihr mit einem Kind auf dem Arm in einem rüttelnden Bus steht und irgendwie alles unruhig ist und dadurch zweimal das Passwort falsch angegeben wird und dann kann man sich gar nicht mehr einloggen, sondern es wird zehn Minuten gesperrt oder all diese Sachen, die ja so passieren, weil gerade diese Bedienung einfach nicht optimiert ist, die Nutzung nicht optimiert ist für die Situation, in der man gerade steckt. Und es gibt, wie ich gerade schon sagte, es gibt Möglichkeiten, zumindest technologisch, um das herauszufinden, in welchen Situationen Leute gerade stecken. Vielleicht ist das noch nicht so fortgeschritten, vielleicht ist das noch ein Forschungsfeld, aber das ist gerade die Zeit, in der man das alles bauen kann. Und es gibt mit KI Möglichkeiten, Richtung generative UI darauf zu reagieren und komplett neue Nutzungserlebnisse zu schaffen. Ich freue mich da voll drauf, dass das jetzt ansteht und dass wir, glaube ich, zukünftig auch digitale Produkte komplett anders denken werden. Und das hängt natürlich auch dann mit der Art und Weise zusammen zu überdenken, wie wir digitale Produkte grundsätzlich bauen und verstehen und als was wir sie verstehen und weniger als fertiges, konkretes Produkt, sondern vielmehr so als ein, naja, keine Ahnung, inhaltliches Angebot, was dann allerdings in der Nutzung halt irgendwie noch so ausdifferenziert wird in dem Moment, in dem sich Leute damit irgendwie auseinandersetzen. Aber das macht mir jetzt schon richtig Spaß. Und da würde ich, also da freue ich mich drauf, auf Gespräche hier auch in unserem Podcast darüber, wie Unternehmen jetzt gerade schon in diese Richtung arbeiten und was sie für Individualisierungen sehen, die möglich sind, was sie dafür mit Erfahrung gesammelt haben jetzt schon und welchen Thesen sie denn in die Zukunft laufen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Spannende Zeiten, also KI voll, voll das treibende Thema, aber auf so ganz unterschiedlichen Gebieten. Und ja, wie du gerade schon sagtest, die Zukunft findet in allen Bereichen statt, ob jetzt irgendwie auf dem Mars oder in der Energie oder sonst wo. Genau, und nicht mehr auf der guten alten CD-ROM, die du mal reingeschoben hast, deine Software installiert hast und gesagt hast, so jetzt habe ich es und jetzt muss nie wieder was dran geschraubt werden. Du meinst ja so softwaremäßig, ja? Ja, ja, genau. Also kann ich mich erinnern, beim Steuerberater ist immer der Sys-Admin mit seiner Dataf-CD-ROM rumgelaufen, hat alle Rechner gespielt und dann hat er gemütlich Feierabend gemacht, weil ist ja dann auf den Rechnern, ne? Das muss ich ja nicht mehr machen. Und erst, wenn das nächste Update kommt, hat er dann was optimiert. Naja, ich glaube, so für den Anfang ist es erstmal das, ne? Also sehr viele Themen und ich, die werden wir ja nicht alleine erzählen, sondern wir haben ja schon ausklingen lassen, dass wir immer wieder dann Gäste einladen, mit denen, die sich möglicherweise oder sehr sicher besser auskennen oder das Thema im Detail vertiefen können. Und deshalb bin ich da auch gespannt, weil ich denke, da nehmen wir auch für uns viel mit und ich hoffe, dass wir dann auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen viel mitgeben können an Inhalt. Und ja, das wird bestimmt jetzt eine spannende Podcast-Reise mit unserem Podcast 2100. Ja, ich wünsche uns und euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns zur nächsten Interviews wieder. Macht's gut.